Nach mehreren Jahren Pause war es endlich wieder soweit, der Isar-Man wurde ermittelt. Anfangs war natürlich aufwärmend angesagt. Da konnte auch der Bürgermeisterin Anita Meine noch locker mithalten. Aber dann wurde es richtig ernst. Am angenehmsten war das Schwimmen, weil das wurde man ja ohnehin. Dann Radfahren und Schwimmen. Zuerst starten kleine, dann die etwas Größeren und dann die ganz Großen. Andi! Bravo! 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 Super! 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 Applaus Applaus